was geht ab meine lieben freunde ihr seht rap tastisch heute geht es um das angekündigte neue banger musik signing banger musik ist zweifelsfrei das fleißigste und das scheinbar am besten durch organisierteste label des landes in den vergangenen jahren verging kaum eine woche in der weder ein musikvideo ein blog ein album oder eine neue modemarke von membern der banger crew veröffentlicht wurde auch der release turnus der düsseldorfer ist völlig ausgelastet so wurden alleine seit dem letzten jahr sechs neue alben über banger sowie ein album über hell al money veröffentlicht die übrigens alle in den top 10 scharteten erst im april 2018 gab farid bang sein neues signing bei hell al money bekannt nun gibt er ein weiteres neues signing bekannt auf instagram wurde farid gefragt ob banger musik ein neues signing bekommen würde die frage beantwortete farid mit ja in wenigen wochen es ist jedoch nicht klar ob das neue signing bei hell al money oder bei banger musik direkt gesigned wird was meint ihr dazu schreibt uns eure meinung in die kommentare wenn euch das video gefallen hat lasst einen daumen hoch und ein abo da in diesem sinne bis zum nächsten mal bei raptastisch